Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal zum Thema Home Assistant. Heute geht es mal um die verschiedenen Installationsvarianten, weil Home Assistant hat sehr viele verschiedene Komponenten. Es gibt das Home Assistant OS, es gibt den Home Assistant Container, es gibt den Core, es gibt den Supervisor, es gibt sehr viel, was man wissen kann. Nicht unbedingt muss, wenn man das sogenannte Home Assistant OS verwendet. Das habe ich bisher auch in den vorigen Videos gezeigt, verlinke ich dir hier nochmal. Dann hast du eigentlich am wenigsten damit zu tun. Du verwendest die ganze Technologie, ohne es zu wissen, ohne die kennen zu müssen, kannst aber dann dafür dein Betriebssystem mit nur einem Klick aktualisieren über die Oberfläche, aber hast mit dem Betriebssystem und dem ganzen Linux und Docker Containern und was da alles drunter liegt, gar nichts zu tun. Das wird alles für dich verwaltet. Hat natürlich den Nachteil, dass du eben auch nicht einfach auf das System gehen kannst und weitere Software dazu installieren. Natürlich nur im Rahmen von den Home Assistant Add-ons. Die werden dann intern wieder als Docker Container auf das System aufgespielt, aber das müssen eben Docker Container sein, beziehungsweise Docker Images, die eben genau für Home Assistant zugeschnitten sind. Man kann also nicht jeden beliebigen Docker Container, nicht jedes beliebige Image da draußen einfach so nutzen und starten. Das wird eben reglementiert, dass man eben nicht irgendwelche Software da drauf packen kann, eben um dich zu schützen, dass das System stabil bleibt und dass die Software, die da drauf kommt, eben auch ordentlich getestet wurde, dass die auch funktioniert, richtig konfiguriert ist und so weiter. Das ist eben der Nachteil. Das heißt, mit dem Home Assistant OS ist es am einfachsten, aber du bist eben auch eingeschränkt. Jetzt hast du deine Hardware, wie hier jetzt den Intel NUC, also komplett für Home Assistant quasi blockiert. Du kannst Add-ons dazu installieren, aber wenn du jetzt irgendeine Software hast, die es nicht als Add-on gibt, dann kommst du eben an der Stelle nicht weiter und müsstest das auf separate Hardware dann eben installieren. Und das wollen wir uns in diesem Video einfach mal anschauen, wie man das vielleicht umgehen kann. Das heißt, ich werde dir einfach mal erklären, was das Home Assistant OS ist, was es mitbringt, was der Home Assistant Container ist, wie das Ganze mit Docker in Verbindung steht, wie man vielleicht den Core einzeln installiert oder wie man das ganze System auf einem Debian unter Docker dann eben einrichtet. Schauen wir uns alles an. Waren eine Menge Begriffe. Wir gucken einfach mal Schritt für Schritt durch. Natürlich wird das Ganze entsprechend komplexer, als wenn man eben nur Home Assistant OS verwendet. Wie gesagt, dafür hast du später aber auch mehr Möglichkeiten, musst dich aber auch um mehr kümmern. Jetzt aber starten wir durch. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video zum Thema Home Assistant und den verschiedenen Installationsarten und Begriffen. Schauen wir in die Doku von Home Assistant, finden wir hier die unterschiedlichsten Installationsarten auf verschiedener Hardware, die natürlich unterschiedlich schwierig ist. Am einfachsten ist es natürlich, du kaufst dir hier so ein Home Assistant Green, da ist alles schon vorinstalliert, anstecken und loslegen. Einfach ist immer noch, habe ich auch schon gezeigt, die Installation auf einem Raspberry Pi, weil es eben fertige Images gibt für die SD-Karte, die in das System kommt. Dann kannst du in einem Tool wie dem Raspberry Pi Imager zum Beispiel direkt Home Assistant auswählen, hast dann Home Assistant OS auf deiner SD-Karte und kannst das Ganze direkt benutzen. Ist also auch noch sehr einfach. Home Assistant Yellow gibt es auch noch und wenn man das auf anderer Hardware installieren möchte, habe ich in dem anderen Video auch gezeigt, dann wird das hier schon etwas schwieriger. Aber auch da hat man am Ende dann Home Assistant OS in der Regel, aber es gibt eben auch noch Expertenvarianten und die gucken wir uns an. Bisher haben wir wie gesagt nur Home Assistant OS angeschaut, dann hat man eben Automations, Dashboard, Integrations, Blueprints, den Supervisor, Add-ons, Backups und ein Managed Restore und eben auch ein Managed OS. Das heißt, habe ich schon gesagt, das Betriebssystem wird auch gemanagt, kann mit einem Klick aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht werden. Wir haben da eigentlich nicht wirklich was mit zu tun. Bei den anderen Varianten, also Container, Core oder Supervised, siehst du hier unten an dem roten Kreuz, da musst du dich selbst um das Betriebssystem und um die Updates kümmern. Und wie schon gesagt, benutzt Home Assistant intern auch Docker und auch der Core ist dann zum Beispiel ein Docker-Container, der dann eben auf Home Assistant OS läuft und dann entsprechend gemanagt wird. Und diesen Container, den kann man eben auch einzeln wo starten. Dann fehlen natürlich ein paar Features, wie zum Beispiel der Supervisor und die Add-ons. Das heißt, du kannst dann nicht mal eben andere Add-ons, die ja auch wiederum nur Container sind, dazu installieren, weil dafür eben die Berechtigungen fehlen. Und das gucken wir uns jetzt an. Den könntest du zum Beispiel auf einer Synology Disk Station oder einem QNAP NAS oder wo auch immer starten, wo eben Docker verfügbar ist. Ich bin jetzt hier zum Beispiel auf meiner Synology Rack Station und hier habe ich den sogenannten Container Manager schon installiert. Der hieß früher mal Docker einfach nur. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Haben die irgendwann mal umbenannt in Container Manager und hier laufen schon verschiedene Container. Einmal InfluxDB2 und Homer habe ich auch schon Videos zu gemacht. Aber genauso könnte ich jetzt Home Assistant, wie gesagt, mit ein paar Einschränkungen auf meiner Synology Disk Station oder Rack Station entsprechend laufen lassen, wenn Docker unterstützt wird. Dafür lade ich erstmal aus meiner Registrierung hier Home Assistant herunter. Ich suche einfach nach Home Assistant slash Home Assistant. Hier siehst du schon 2757 Sterne. Das Ganze wird also durchaus genutzt und ist auch recht beliebt. Mit einem Doppelklick kann ich dann das entsprechende Tag auswählen und hier soll man Stable auswählen. Das heißt, ich gehe irgendwo nach hier unten und suche in den ganzen Tags, die es so gibt, Stable. In meinem Fall ist das ganz unten und klicke Übernehmen. Und dann wird schon mal das Image heruntergeladen. Und von diesem Image kann ich jetzt beliebig viele Container erstellen. Das ist quasi so eine Art Template und das machen wir jetzt gemeinsam, sobald das Ganze heruntergeladen wurde. Dauert noch einen kleinen Moment. Das Ganze wurde jetzt heruntergeladen. 1,77 Gigabyte ist also nicht gerade klein, kann einen Moment dauern. Du siehst hier vorne, das Ganze wird aber noch nicht verwendet. Also das Image wurde nur heruntergeladen, aber einen Container gibt es noch nicht. Den müssen wir jetzt gemeinsam erstellen. Dafür wähle ich das Image aus und klicke hier oben auf Ausführen. Kann dem Ganzen einen Namen geben dann noch. Nenne ich einfach mal Home Assistant. Ich könnte jetzt noch eine Ressourcenbeschränkung aktivieren. Den automatischen Neustart nehme ich mal mit. Das heißt, wenn die Diskstation vom Strom getrennt wird, Stromausfall, was auch immer und wieder hochfährt, dann würde der Container entsprechend auch sofort wieder gestartet. Bei den Ports gebe ich den Standard-Port frei. 8.1.2.3 TCP. Dann muss ich noch ein Volume hinzufügen, damit meine Daten eben persistent sind. Dafür erstelle ich einen neuen Ordner, den nenne ich Home Assistant, OK. Und in Home Assistant lege ich noch einen Ordner an, den nenne ich Config. Das steht auch alles so in der Dokumentation. Und das Ganze mounte ich dann nach Slash-Config in den Container. Das heißt, dieser Pfad im Container zeigt auf dieses Verzeichnis auf dem Host. Und selbst wenn ich den Container lösche, bleibt diese Dateistruktur hier persistent. Und ich könnte eben einen neuen Container mit der gleichen Config erstellen. Und dann könnte ich eben meine Config trotzdem behalten. Und die würde nicht verloren gehen, selbst wenn ich Container und Image löschen würde. Hier unten bei der Netzwerkkonfiguration wähle ich Host aus. Das ist die empfohlene Variante. Den Rest lasse ich einfach so weiter. Diesen Container nach Abschluss ausführen. OK, fertig. Ja, und dann läuft eben schon Home Assistant hoffentlich gleich. Ich gehe mal hier auf die Container auf meinem System. Und dann kann ich über die IP-Adresse von meiner Diskstation und dem Port 8.1.2.3 jetzt hoffentlich auf Home Assistant zugreifen. Ja, und das klappt dann auch schon. Hier kann ich jetzt den normalen Einrichtungsassistenten durchgehen. Den hast du schon gesehen. Das heißt, das würde ich jetzt an der Stelle überspringen kurz. Und dann läuft das Ganze auch schon. Ist also wirklich einfach, wenn man die Möglichkeiten hat und die Einschränkungen kennt. Weil, wenn ich jetzt auf die Einstellungen gehe, habe ich wie gesagt hier keine Möglichkeiten, auf dem System Add-ons hinzuzufügen. Weil natürlich dieser Container auf meiner Diskstation jetzt nicht einfach weitere Images herunterladen kann und diese ebenfalls starten. Der hat ja gar keinen Zugriff auf den Docker-Prozess auf dem Host. Das heißt, das geht über diesen Weg nicht. Das kann man aber durchaus auf anderen Systemen eben manuell genauso konfigurieren, dass man das Betriebssystem dann in eigene Hand nimmt, warum auch immer man das möchte. Und das gucken wir uns jetzt als nächstes an. Wie gesagt, hier kannst du jetzt ein vollständiges Home Assistant mit allen Integrationen nutzen, nur eben keine Erweiterungen über den Add-on-Bereich dann an der Stelle. Vielleicht noch kurz zu den Ressourcen. Wenn du hier auf den Container gehst und auf die Details klickst, dann kannst du hier die Statistik anschauen und du siehst, das Ganze benötigt so 560 MB RAM. CPU wird fast gar nicht beansprucht. Arbeitsspeicher ist also hier wahrscheinlich die knappere Ressource. Je nachdem, wie viel Arbeitsspeicher dein System hat. Meine Diskstation hat jetzt hier 16 GB. Das heißt, da ist noch viel Luft nach oben. Habe ich ja auch nicht begrenzt. Die Ressourcen könnte man für den Container natürlich auch noch einschränken. Aber das würde jetzt zu weit gehen und zu sehr ins Detail. Das war jetzt also die Variante als Container. Wenn man eh schon einen Host hat, auf dem Docker läuft, wie zum Beispiel so ein NAS, bietet sich das natürlich an. Oder du hast ein Unraid-System oder was auch immer. Du kannst den Core natürlich auch separat, nativ selbst installieren. Dann musst du natürlich die ganzen Abhängigkeiten installieren. Das Ganze ist auf ein Debian 12 zugeschnitten, soweit ich weiß. Also auf Bookworm aktuell. Auf jeden Fall auf ein Debian-System. Könntest du zum Beispiel in einem Proxmox LXC-Container machen. Das habe ich ja auch schon mal gezeigt, wie man Proxmox aufsetzt. Dann könntest du ein LXC-Container starten und dort dann eben nativ den Home Assistant Core ohne diese ganze Docker-Umgebung installieren. Alternativ natürlich unter Proxmox als virtuelle Maschine, wo Home Assistant OS wieder mit dem kompletten Docker-Stack drin läuft, dass du dort eben auch die Add-Ons und so weiter hast. Weil wenn du nur den Core installierst hier, dann hast du natürlich auch nicht die Möglichkeiten mit den Add-Ons und so weiter. Ich kann dir aber nicht empfehlen, diese Variante zu wählen und das nativ zu installieren. Sehe ich aktuell eigentlich keinen Vorteil drin, weil gerade der Vorteil von Home Assistant ja eben ist, dass man die Add-Ons und so weiter mit nur einem Klick hinzufügen kann und das verliere ich hierbei ja. Muss mir aber Gedanken um ein Betriebssystem machen, muss das manuell aktualisieren und so weiter. Das heißt, hier habe ich eigentlich die meiste Arbeit, aber da eben die wenigsten Möglichkeiten hinten raus. Ja, deswegen würde ich das an der Stelle nicht machen. Du siehst, die Anleitung ist relativ lang. Was man machen kann, ist das Ganze als supervised zu installieren. Dann musst du allerdings dein eigenes Betriebssystem auf deine Hardware spielen. Also ein Debian 12 ist das aktuell. Dann musst du Docker manuell selbst installieren und dann eben diese supervised Umgebung von Home Assistant. Wie man so ein System vorbereiten könnte, habe ich auch schon mal vor kurzem gezeigt. Verlinke ich die hier an der Stelle nochmal. Das benutzen wir gleich auch, damit wir das Ganze mal Step by Step durchgehen können. Aber hier ist entsprechend auch eine Warnung zu finden, dass man dafür eben das meiste Wissen braucht und dass die Komplexität dadurch enorm erhöht wird, weil du dich ja um dein Betriebssystem kümmern musst, um die Docker-Installation. Und wenn da mal was nicht stimmt, solltest du schon wissen, wie man das Ganze korrigiert. Der Vollständigkeit halber zeige ich dir das Ganze aber trotzdem. Für die Installation gibt es hier auf GitHub ein Repository Supervised Installer und den gucken wir uns jetzt an. Erstmal checken wir die Anforderungen. Das ist ein relativ langes Dokument, wo alles erklärt ist, was wir brauchen. Erstmal brauchen wir Docker in der Community Edition, größer 2010, Systemd, größer 239, Network Manager, Udisk 2 und so weiter. Das heißt, wir haben ein paar Anforderungen. Die habe ich schon mal alle auf meinem System gecheckt. Docker 26, System Control, 252, Network Manager, den ich noch installiert habe und auf das Interface konfiguriert habe, 1.42.4. Udisk 2 ist gerade noch nicht installiert, kommt gleich, dann kommt eben die Version 2.9.4.4. AppArmor ist 3.0.8 und wir sind natürlich auf einem Debian 12 System. Mache ich jetzt ein bisschen schneller hier, weil das ja für erfahrene Nutzer sowieso ist. Ich möchte dir das nur der Vollständigkeit halber zeigen. So, alle Anforderungen sind also erfüllt. Ich gehe wieder zurück und installiere erstmal diese ganzen Pakete dazu. Da ist dann eben auch Udisk 2 dabei als Anforderung, welche Version installiert wird, haben wir ja schon gesehen. Sudo und dann das alles hier installieren. Das dauert natürlich einen kleinen Moment. Ich melde mich zurück, wenn das Ganze durchgelaufen ist. Perfekt. Erledigt. Hat alles also wunderbar geklappt. Machen wir weiter in der Anleitung. Docker CE habe ich ja in dem vorigen Video schon installiert, hatte ich dir verlinkt. Dann brauchen wir den OS-Agent. Wie man den installiert, kann hier gefunden werden. Das mache ich mal in einem neuen Tab auf. Und zwar muss ich dafür das Ganze aus diesen Quellen herunterladen. Ich benutze jetzt die Version 1.6, kopiere mir hier unten den Pfad zu dieser Datei. Die lade ich hier runter mit wget und kann die dann installieren über sudo dpkg-i und dann die Debian-Datei. Du siehst, es ist relativ komplex, was man hier alles tun muss. Jetzt wurde ein neuer Dienst eingerichtet, der heißt haos-agent. Ja und laut Doku kann ich das jetzt mit diesem Befehl hier testen, ob das Ganze funktioniert. Wir schauen mal, ich drücke Enter und anscheinend funktioniert das. Und zurück in der Anleitung fehlen eigentlich nur noch diese beiden Befehle. Einmal laden wir jetzt das Paket herunter. Mache ich auch eben. Geht relativ schnell. Und dann installieren wir das Paket auch. Natürlich mit sudo. Und dann wird eben dieses Paket entsprechend auch hinzugefügt. Und alles wird für mich konfiguriert. Du siehst, hier wird entsprechend der Docker-Service neu gestartet. Der Network-Manager wird konfiguriert und so weiter. Das heißt, das ist dann der einfache Schritt. Aber der Weg bis hierhin ist natürlich entsprechend komplex und mit viel Aufwand verbunden. Und deswegen, ja, wird das wahrscheinlich kaum jemand tun. Ich soll jetzt neu starten. Reboot is required. Okay, sudo reboot. Und dann verbinde ich mich gleich. Ich bin wieder mit dem System verbunden. Schreibe mal docker ps-a. Und jetzt sehen wir hier schon diese ganzen Container. Die wurden jetzt automatisch angelegt und gestartet. Entsprechend konfiguriert. Das heißt, der Schritt war jetzt relativ einfach. Hier unten, die hatte ich ja schon auf dem System. Hast du das Video vielleicht gesehen zu Frigate, habe ich auch dieses System genutzt. Das heißt, ich habe jetzt ein System, wo ich mit dem Betriebssystem machen kann, was ich will. Home Assistant läuft als Supervised eben nebenbei, sage ich mal. Kann ich also komplett verwalten mit den Add-ons und das komplett nutzen. Aber ich kann eben auch weitere Docker-Container deployen und habe eben trotzdem alle Möglichkeiten. Ob und wem ich das empfehlen kann, kommen wir gleich im Fazit zu. Erstmal gucken wir, ob die Installation jetzt läuft. Das sieht doch schon mal gut aus. Auch hier kann ich jetzt das Ganze einmal konfigurieren. Und schon kann ich das System auch verwenden. Hier in den Einstellungen steht allerdings ungesundes System, Docker falsch konfiguriert. Und da geht es dann schon los, dass man wirklich tiefer eintauchen muss, was genau eigentlich falsch ist, was muss man unkonfigurieren und so weiter. Ich klicke mal auf mehr erfahren. Und da diese drei Punkte hier wohl nicht zutreffen, die Docker-Version haben wir gecheckt, in einem LXC-Container sind wir nicht und das Ganze wird wohl privilegiert laufen, wurde ja vom Setup eingerichtet, kann es nur der erste Punkt sein, Running Unsupported Software. Und hier ist es jetzt eben so, dass man keine weitere Software installieren sollte, außer dem Home Assistant-Ecosystem. Das betrifft auch Standalone-Container, die ich auf dem System laufen habe, hast du eben gesehen. Das heißt, jetzt beschwert sich Home Assistant schon, dass da mehr los ist als erwartet. Und dann frage ich mich, warum sollte ich mir die ganze Arbeit machen, wenn ich dann nicht mal weitere Container hinzufügen kann, ohne dass sich das System beschwert. Ich kann diese Meldung natürlich ignorieren. Dann haben wir hier den nächsten Punkt, nicht unterstützte Software. Da klicke ich mal drauf und das ist genau das, zusätzliche Software außerhalb des Home Assistant-Ökosystems wurde erkannt. Ja, kann ich auch ignorieren. Das heißt, insgesamt möchte das alles Home Assistant nicht so unbedingt und damit kommen wir auch schon zum Fazit des Ganzen. Ja, und obwohl es relativ viele Wege gibt, Home Assistant zu installieren, bleiben eigentlich nur ein paar, die ich dir empfehlen kann. Allen voran natürlich Home Assistant nativ auf irgendeine Hardware installieren, auf einem Mini-PC oder einem Raspberry Pi, weil dann wird sofort Hardware erkannt, die du ansteckst. Wie zum Beispiel hier so ein Zigbee-Stick. Das hier ist jetzt Home Assistant Sky Connect. Genauso integrierte Bluetooth-Schnittstellen funktionieren sofort. Musst du dich eben um nichts kümmern. Genauso ist das Ganze dann eben managed. Updates funktionieren mit einem Klick und du hast damit nie wieder was zu tun. Möchtest du auf dem gleichen System, weil das vielleicht sehr viel Leistung hat, noch mehr dazu installieren, dann würde ich dir Proxmox empfehlen, wo du dann eben Home Assistant OS in eine virtuelle Maschine installierst. Und bitte nicht in einen LXC-Container. Hast du ja eben gesehen, steht auch in der Liste, dass man den Supervisor nicht in einem Container laufen lassen soll. Geht dann eben auch und dann kannst du auch über Proxmox solche Geräte relativ leicht in die virtuelle Maschine durchreichen. Möchtest du diese ganzen Add-ons gar nicht nutzen und du hast vielleicht schon ein System, was Docker unterstützt, dann kannst du auch einfach den Home Assistant Container nehmen. Hast dann halt die Add-ons nicht, wie gesagt. Aber das Ganze ist dann auch sehr stabil und super leicht einzurichten. Ja, schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, welchen Weg du bevorzugst und wie deine Home Assistant Installation läuft und warum. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, wenn dir das Ganze gefallen oder weitergeholfen hat. Und werde gerne Abonnent von dem Kanal, wenn du keine weiteren Videos zu Home Assistant verpassen willst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Ciao, ciao.